Ach komm, kann ich wenigstens kurz meinen Zap essen? Leute, Grim Tales und Singularity gleich im Livestream um 19 Uhr, schaut unbedingt vorbei, twitch.tv slash littleconfysbrain Am Mittwoch und am Donnerstag gibt's auch einen Livestream, dafür gibt's dann nochmal ein Video Ich hoffe, wir sehen uns gleich im Livestream, ich hoffe, du bist da, ich werd dich im Chat begrüßen Schreib irgendwas rein, ich sag deinen Namen, ich sag alles Schalt uns acceptet, ja